Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Ich nehme gerade ein paar Folgen auf, weiß noch nicht ob ihr Bock drauf habt auf ein Let's Play davon Ich hätte mega Bock die Stadt zu erkunden, alles zu erleben, diese düstere Zukunft im Jahr 2077 von CD Projekt Red Ich habe knapp 8 Jahre drauf gewartet und ich habe so Bock Wer das erste Video nicht gesehen hat, jetzt rechts oben kommt ein I, da drückst du drauf Und dann kommst du zur ersten Folge zum Angezockt Video, das hier ist Folge 2 Wir haben schon einiges erlebt und wollen rausfinden, was dieser Chip eigentlich so mit uns macht Erzähl es mir, was macht der Chip Ich habe ihn einfach reingesteckt in den Kopf Was? Ich habe ihn einfach in den Kopf reingesteckt Kampftraining? Was? Kampftraining? What the fuck? Kann man eigentlich mittendrin einfach so speichern, by the way? Spiel speichern? Neuer Speicherstand? Spiel gespeichert? Oh Okay Leute, ich würde sagen, wir gehen rein, unser erstes Kampftraining Ey, ich bin so gespannt, ne? This course is designed to reinforce your fundamental combat abilities Reflexe Das Ganze ist gerade in meinem Kopf Hä? Hä? Kampfgrundlagen Oh, ich habe so Bock, ne? Ich hoffe, ihr habt Bock Ich habe noch keine Ahnung, ob ihr Bock habt Oh, let's play Okay Nehmen die Waffe Oh, wir nehmen die Waffe Oh, wir nehmen die Waffe Yeah Zieht man in dem Game auch? Yo Kann man Okay Man kann aber auch Oh Gott Oh Gott Es kommt ein bisschen Man kann aber auch eher ohne Es ist wahrscheinlich besser, ne? Die Steuerung ist jetzt nicht so wie ein Call of Duty Es ist leider kein Call of Duty Äh Spielt sich ganz, ganz anders Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das ist ein Riesenunterschied Kann man nachladen? Was? Ich muss gerade drauf schießen Deckung gehen Okay Easy gelöscht Okay, links oben dürfen wir nicht sterben Ist klar Und jetzt? Ah Können wir was nehmen Eine Heilung Und dann benutzen Okay, okay Hat auch ein bisschen was von Call of Duty Waffe wechseln? Okay Oh Lord, die Waffe, ne? Da wird es sicher legendäre Waffen geben Und Waffen, die genauer sind Und so weiter, ne? Okay Okay, dann muss man sich reinfüllen Was soll ich den denn treffen? Mit der Waffe? Vielleicht eher mit der Waffe? Jo Man muss sich reinfüllen Erstmal ins Gameplay Natürlich Hacking Hacking The next item on the menu Hacken Lol Oh, man muss alles mal lernen Ne? Finde ich geil Finde ich geil Wir hacken los Übermacht den Meister L1 Ein Scanner Oh Okay Goldobjekte scannen Server Gefahren werden rot Objekte grün Nützliche Objekte blau Okay Und jetzt Okay Bildschirm Ping Ablenkungsmanöver Lol Korpo Trash Äh Style Substance Good Now take him out quietly Hesse Alright All yours Ich verkloppe einfach Ah Ich muss langsam machen So ein Scheiß So ein Scheiß Ey Gezwungen werden So etwas ist Scheiße Gehen leise ran Und dann Nicht tödlich Oder tödlich Tödlich Yeah Tödlich Yeah Ja Keinen aufheben Lol Kennen wir auch Aus anderen Games Natürlich Oh lol In die Mülltonne Yo Bin ich ready Wegwerfen Wegwerfen Haha Quickhacking Gibt's auch Oh ich bin die Kamera Lol Ich bin nun die Kamera Breach Protocol Okay Sicherheitskopie Oh mein Gott Das spiel ist komplex 55 Geh was eintippen Ah hier 55 55 Man muss das so extra extra machen Okay Jetzt zieh sie eine Granate Okay Das game ist so vielseitig Mann Ja man muss aber ein bisschen zu tolles durchmachen Er sprengt sich selbst Er hat sich selbst gesprengt Lol Das ist ja geil Was hast du noch zu trainieren Du hast Barstotter abgeschlossen Du kannst rausgehen oder rumstöbern Stealth Hasse ich Stealth Hasse ich Leck's mich Ich geh Bruder Wo ist los Ciao Ich hasse Stealth Ich geh Ich bin bereit für den Kampf Ich bin sowas von ready So Not bad Richtig geil Alter Tipps Okay Dann gehen wir rein Ich hab keiner was machen müssen Aber wir gehen rein Ballern wir jetzt zum ersten mal rum Ich hätte Bock jetzt rum zu ballern Leute Ich kann nur sagen Das game ist bisher Der Oberhammer Ich kann es euch bisher Nur empfehlen Natürlich wird es nicht so ewig gespielt noch Aber ich kann es nur empfehlen Item Kann ich es nicht aufheben Hä Vielleicht erst viel später Wer weiß Wer weiß Vielleicht dürfen wir noch nicht looten Bin da alter Vielleicht dürfen wir noch nicht looten Das kann alles sein Wir werden es rausfinden Gerne Gemeinsam mit euch Gerne ein kostenloses Abo da lassen Wenn ihr euch entscheidet Dann doch zu deabonnieren Auch kein Problem Aber wie gesagt Gerne mal Abonnieren Leute Apartment Garage Ich kann nichts drücken Lol Drückt er? Hat er gedrückt? Puh Okay Was ist ausgegangen? Ich bin ja auch gespannt Ich bin auch gespannt Wie lange die Menschen überhaupt leben In der Zukunft und so weiter Wir wissen ja noch gar nichts Wie lange Wie alt wird so ein Cyborg? Wir müssen alles rausfinden Ob wir überhaupt alt werden Er hat ne Waffe Ich hab auch ne Waffe Aber ne kleine Pistole Er hat zwei Ich kann auch echt hochspringen Ah Ich mach nichts Ich mach nichts Ist es besser nichts zu machen? Weiß ich nicht Diese Entscheidungen oft Ne Ich kann mich entscheiden Soll ich was drücken? Soll ich nichts drücken? Puh Okay Wir hacken die Tür Erfahrungspunkte bekommen Ja man levelt ja auch Ist ein Rollenspiel Langsam alter Langsam Kann man ein bisschen rumscannen? Wir können ja mal was hacken Nicht genügend Speicherpunkte Da liegen Items rum Stehlen Lol Ich klau das einfach alles Ich klau einfach alles Ihr kennt mich doch Ich muss erstmal alles klauen Was nicht niedernagelfest ist Das ist ganz normal in den Games Das mach ich immer Oh Man muss auch alles klauen Ne Weil So Weil Yo Man braucht ja die Items Warte kurz Warte kurz Da liegen noch Sachen rum Die ich klauen muss Leiche Herzstillstand Okay man könnte auch Nachrichten lesen Also Also es gibt hier Arschviel zu lesen Zu erkunden Aber warum kann ich die nicht beobachten Herzstillstand Aber ich kann nichts mit dem machen Mir klauen sowieso alles Die es eh tut Ja ruhig 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 Ganz ruhig alter Leise Leute Wir gehen rein Erledige ihn leise Erledige ihn leise Töten Ja Irrsäedes Luut Verlust Wer hat das ein Medipack Oh lol Medipack Gibt es noch was Ist das Ist da eine Leiche drin? Leiche, Herzstillstand. Hmm. Hät alles ein Herzstillstand auf mysteriöse Art und Weise. Ablenkung. Oh, ich hätte auch ablenken können. Oh, lol. Ich muss die ganze Sache noch rausfinden. Looten. Nicht looten vergessen. Da ist ein Benzinkanister. Oder was ist das? Nee, ein Koffer. Looten. Stumpfes Kalpell. Lol. Ein stumpfes Kalpell. Hier sind Gegner. Erstmal alles looten. Da war Kaffee. Sprengstoff. Oh Gott, ich loote hier alles leer. Warte und bleibe unbemerkt. Optional. Ah, ich hätte sie töten können. Und das meine ich. Jeder wird es anders spielen. Kommt der mit? Okay, er hat den anderen. Jetzt könnten wir... Oh, erstmal looten. Lol. Man kann die auch looten. Man kann ihn aufheben. Kann ich ihn rein... Ah, reinwerfen, wollte ich sagen. Yo. Erstmal den Müll. Weglegen. Dann den zweiten looten. Ganz wichtig. Waffe wieder rausholen. Oh, die Musik hier. Ich hoffe, die ist nicht Copyright. Ist die laut? Wir looten alles. Granaten? Ja. Oh, ist das Game geil. Ja, ich bin ein Kleptomane. Das habe ich gesehen. Nicht mehr. Okay, er sieht uns immer. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Der auch. Lol. Kein Problem. Die sehen uns alle. Aber die sind blind. Die denken sich... Hey, war da was? Nö, da war nichts. Scheiße. Ich kann es nur versuchen, schnell rüber zu laufen. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Sehr gut. T hilft uns immer dabei. Schönen Typen looten. Hier ist auch einer. Typen looten. Oh, da liegt was. Was ist das? Die Waffe. Lol. Ich habe eine richtige Waffe. Wie kann ich die ausrüsten, ist die Frage. Doppeltippen. Ausweichen. Schneller Angriff. Nee. Ich muss herausfinden, wo ich die Waffe wechseln kann. Und so weiter. Aber da liegt noch Loot, Leute. Da liegt noch Loot. Ich muss den Loot aufsammeln. Schnauze. Ich muss den Loot sammeln. Ich darf noch nichts liegen lassen. Da ist noch Loot. Was? Da ist noch Loot. Ich muss alles mitnehmen. Ich hoffe, ihr kennt das aus Rollenspielen, Leute. Nichts bleibt liegen. Und ja, ich spiele das Spiel. Ruhe, du. Oh, was kann jemand da machen? Ablenkungsmanöver. Gefahrangspunkte. Scheiß drauf, Yolo. Yolo, wir gehen rein. Scheiße. Ich wollte es leise machen. Oh, lol. Ablenkungsmanöver. Ich wollte es leise machen. Aber ich habe ihn dann doch entschieden, drauf zu hauen. Ich wollte es leise machen. Ah, ich habe ihn dann doch entschieden, drauf zu hauen. Es gibt noch sehr viele Ablenkungsmanöver. Es gibt noch Special Items, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ist ein Rollenspiel, ne? Nicht vergessen. Man muss alles mitnehmen. Was nicht irgendwie nid und nagelfest ist. Bis der Beutel voll ist. Lol, ich habe eine Riesenknarre. Ich glaube, wir sind voll, ne? Sind wir voll mit Items? Däh. Oh mein Gott. Ich habe eine Riesenknarre. Nein! Leben die noch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie lange in dem Spiel hier etwas überlebt. Cyberware fehlt. Also, Moment mal kurz. Also, also. Die leben noch? Theoretisch? Da fehlt nur die Cyberware? Oder ist die jetzt tot? Ich habe das noch nicht gecheckt. Wir sind ja in der Zukunft, Leute. Geh weg da. Ich glaube, dass die noch leben. Ich glaube, ja. Ich glaube, die leben. Was? 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 Ich gehe mit dem Kabel in ihren Kopf? Lol. 29. Blutdruck? Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Bezahlt? Was? Okay. Ich ziehe den Splitter raus. Found the Shard. We're moving now. Check the Biomon. Ah, ich kann nicht hinkucken. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in three minutes. Trauma team. Plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Poresita. Let's get her off that ice. God. Oh, God. Das Game, Alter. Oh, God. Kann ich hinkucken? Was tun wir hier? Ich glaube, by the way, ne? Weil wir haben ja ausgeschalten die Nacktheit für YouTube. Ich glaube, dass sie nichts anhäht. Wir gehen raus. Wir haben alles gelootet, alles getötet. Ich bin bereit rauszugehen. Und jetzt? Trage sie auf der Terrasse. Ach so, hier kommt jetzt ein Rettungsteam. Ja, hier ist ein Rettungsteam. Rettungsteam! Hallo? Und Türbereich aufhalten. Ach so. Die wollen landen. Die wollen landen. Ach so. Ich habe die gefunden. Ich habe die Die haben keine Fragen gestellt. Ich liebe diese Stadt. Boy. Oh, ein Grafik im Back gerade. Ja, es gehen immer noch kleine Bugs und so weiter, aber hey, scheiß drauf. Ich liebe diese Stadt. Ich würde da gerne, glaube ich, vielleicht wohnen. Nicht unbedingt gegenüber von diesem WM-Plakat, aber... Oh, ist das geil! Ich liebe dieses Game. Ey, ich habe so lange darauf gewartet und ich liebe es. Lebt der noch? Er zappelt ja nur. Warum kann ich diesen fetten Mann tragen? Hmm. Vorsicht, da kommt eine Leiche! Ich weiß nicht, ne? Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich habe schwarze Nägel! Wir haben alles gelootet, glaube ich, ne? Oh, da liegt noch Loot! Wie kann ich den Loot übersehen? Wie kann ich den Loot übersehen? Ich habe Blut übersehen! Leck mich im Arsch! Lagt da gerade was? Ist da gerade durch den... Da lag was? Ist das? Rubbellos! Oh mein Gott! Er hat gewinnen! Er könnte in den Aufzug steigen! Er könnte aber auch wo reingehen! Hmm. Na komm, scheiße! Ich habe einen Rubbel los! Ich bin reich, Leute! Oh, der ganze Bums! Karten! Eine Schallplatte im Jahr 2077! Hat sich echt lang durchgesetzt, ne? Und? Bounce Pack! Okay. Telefonmenü? Checky? Schönes Bild linksum? Ich liebe dieses Game, Leute! Ich liebe es! Das ist der Oberhammer bis jetzt! Der Oberhammer! Also ruf Wacko an! Hoppla! Falsch nagerufen! Hoppla! Sie wird jetzt überleben! Nach Hause wäre eine gute Idee! Bezahlung! Okay, wir sind umstellen! Kann ich auch Blut mitnehmen, Mann? Hier liegt auch Blut! Äh? Ah, jetzt! Hä, warum ging das nicht? Loot! Handschellen! Lol! Äh, Diana, ich habe Handschellen gefunden! Mein Parfum! Oh Gott, ich kann den ganzen Tag, ich kann den ganzen Tag das Game looten! Ich kann den ganzen Tag das fucking Game looten! Ich muss alles mitnehmen, bis die Taschen voll sind! Das macht man so bei CG Project Red Games! Das macht man so bei CG Project Red Games! Oh, ich kann das noch immer nicht nehmen! Das hier verwirrt mich sehr! Das geht nicht! Okay, wir haben alles! Beifahrersitz! Jawohl! Wir steigen ein! Und? Einmal los! Wir fahren los! Wartet, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist! Okay! Oh, und ich glaube, by the way, es ist keine gute Idee, dass der Autoradio an ist! Ich glaube, das hat mehr YouTube ausschalten! Weil, ich glaube, das ist ja Copyright-Musik! Sorry dafür! Aber YouTube, ihr wisst, ihr kennt YouTube! Okay, wir fahrens ganz chillig mit dem Auto! Wir haben eine Dame gerettet! Wir sind Helden! Night City ist wirklich geil, ja! Night City, Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher, Legends sind hier geboren! Mich würde so interessieren, wie das Wüstenstaatgebiet aussieht, wie das Konzernstaatgebiet aussieht! Ich muss so viel in dem Spiel überlegen! Kein Burger für uns! Was? Wer verfolgt uns? Oh, lol! Waffe ziehen! Waffe wegstecken und widersetzen? Zwei Beispiel. Zwei Beispiel, kannst du das Fenster lehnen. Okay. Schießen, R2. Okay. Ich hab den ersten. Das ist echt nicht einfach zu treffen, Mann! Die Waffe ist so ungenau! Die Waffe ist so ungenau, Mann! Ich muss den Fahrer abschießen, eigentlich! Ah, die Waffe ist so ungenau! Ja, die Waffe ist so ungenau! Ich hab den Driver! Fahrer down! Ah, die Waffe ist so fucking ungenau! Oh, Gott! Das ist kein Call of Duty! Kommen wir nach Hause, ist die Frage. Was? 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 El Autobus es roch? Gebiet rechts um, steht öffentlich. Okay. Kommen wir jetzt nach Hause überhaupt? Da steht ein Roboter! Man könnte den Hacken, ne? Man könnte den Roboter hacken, Leute! Officer, ma'am! Damn, are we ever lucky, we ran into you! Really? Was ist das, was mich so süß? Ich würde so gerne einen Roboter hacken, ne? Ich hab ihn nicht genug Punkte, Alter! Ich hab nicht genug Punkte! A heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your... Girl? Ja! Ich sag nichts. Let them through! Ja! But they're the last! Okay, on your way! Yeah! You have a good evening now, Officer, ma'am! Yeah! Nicht nur... Ja, also zum Glück, ich glaube, es war gut, dass ich nichts gesagt habe. Aber das sind immer so schwere Entscheidungen, ne? Mann, Mann, die Stadt, ey. Wenn sie hier pisst, ist das schon geil aus, ne? Hört schön aus. Neues Gebiet wir betreten. Little China. Oh, oh. Little China. Oh, oh. Immer wenn ich ein Auto nehme und sehe, hab ich Schiss, ne? Lass mich drauf schießen! Lass mich drauf schießen! Kann man jeden Menschen scannen? Lol. Was? Oh, oh. Hä? Lol. Wie unfair. Die mit ihren Waffen. Alter. Die sind hardcore. Bei denen müssen wir aufpassen. Mann, 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 Mann. Wird einfach so auf offene Straße erschossen. Kein Problem. Alles okay. Alles easy. Hängt mich am Arsch, Mann. Ganz normaler Sonntagabend. Ganz normaler Sonntagabend. In der Hood. Wir haben eine Wohnung. Werden wir verrecken? Warum fahren wir so langsam? Wer weiß das schon. Stehst du auf der Bremse? Oder warum quitschen wir so? Ich sehe den Katzenkopf jetzt zum ersten Mal im Auto gerade. Siehst du den Katzenkopf? Der ist ja cool. Wie lange willst du noch im Kreis fahren? Kannst du mal mal einparken? Dankeschön. Wir haben eine Frau das Leben gerettet heute. Es war ein verdammt guter Tag. Tausend Erfahrungspunkte. Level up. LOL. Ich kann was leveln und so weiter. Und wir gehen nach Hause. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um nächste Folge festzustellen. Was erwartet uns zu Hause? Ich glaube nämlich sogar das beste Gegenstände von Steam. Und wir werden uns ein bisschen durchgucken, was wir so leveln können. Unseren Inventar. Ich glaube, ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Däumchen da oben, wenn es euch gefahren hat. Gerne kostenlos abonnieren. Kannst du jetzt die IT abonnieren, wenn es dir nicht mehr gefällt. Hau halt rein und bleib vorsichtig in Night City. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF.